An der südöstlichen Grenze des Kanton Berns in der Schweiz stängelt sich die ursprünglich vom Militär gebaute Passstrasse zum Sustenpass gemütlich durch das Tal rund um Gatmen immer weiter in die Höhe, an der Seite begleitet vom Abfluss des Steingletschers. Manch einer würde sich denken, viel näher an der Natur kann man fast gar nicht mehr sein und es sei alles so schön friedlich hier. Das mag normalerweise auch so sein, aber nicht am 2. November 1992, einem dunklen Kapitel der Schweizer Armee. Die meisten, welche vor dem Hotel Steingletscher rechts abbiegen auf die Privatstrasse und hochfahren vorbei am Steinsee Richtung Steingletscher und den Parkplätzen, um eine Wanderung zur Tierberglihütte zu unternehmen, wissen nicht, was hier damals geschehen ist. Während des Kalten Krieges fand in der Schweiz eine massive Armeeaufrüstung statt. Mit dem Ende des Wettrüstens begann auch der Abbau der zu grossen Munitionsbestände. Zu diesem Zweck errichtete der Bund eine unterirdische Anlage im Gebiet Susten-Steingletscher. Die Kaverne verfügte über zwei grosse Lagerstollen. Zur Sprengung holte man die Munition wieder aus den Stollen und liess sie in sechs Explosionskratern in freiem Gelände kontrolliert sprengen. An dem ominösen 2. November 1992 fand ein Besuchstag statt auf diesem Areal. Bei der letzten Sprengung an diesem Tag wollten die Angestellten neben der zu vernichtenden Munition auch Feuerwärtskörper beimischen. Dies war an Besuchstagen offenbar üblich, um für eine kleine Show zu sorgen. Was aber geheim bleiben sollte? Nebst der ganzen Munition in den Kavernen wurden 280 Feststoffbooster des BL-64 Flugabwehrsystems dort eingelagert für die Entsorgung. Zu dem Zeitpunkt hatte man noch keine Ahnung, wie man am besten diese Feststoffbooster entsorgen könne. Die Booster sollten gar nicht dort sein. Sie waren auch in der Lagerbuchhaltung nicht aufgeführt, deshalb ist auch heute noch die offizielle Unfallursache unbekannt. Vor der letzten Sprengung holte ein Staplerfahrer die Feuerwerkskörper aus der Kaverne. Diese lagerten direkt neben den 280 restlichen Treiberboostern der BL-64. Als der Staplerfahrer den Palettrahmen mit dem Feuerwerk herausholen wollte, passierte offenbar ein Zwischenfall, der die Feststoffbooster entzündete. Ja, aber die Armee sagt ja immer noch Unfallursache unbekannt. Da lichtet sich eben erst nach und nach der Nebel der Geschichte. Auch im Jahr 1999 war das Bloodhound-Fliegerabwehrsystem BL-64 als hochgeheim eingestuft. Ich selbst absolvierte im Sommer 1997 noch meine Rekrutenschule, welche auf dem Bloodhound-System ausgebildet wurde. Deshalb gelangte der Ermittlungsbericht nie an die Öffentlichkeit. Zumindest dazumals nicht. Drei Tage vor dem Unglück war eine junge Fotografin in Stollen eingeladen und durfte Fotos machen, nicht aber von den langen grünen Dingern. Die durfte sie explizit nicht fotografieren. Das waren nämlich eben die Booster von 70 Flugabwehrlenkwaffen, welche jede vier solcher Booster an der Seite montiert hatte. Besucher vor Ort am Tag der Explosion hörten zuerst ein tiefes Grollen aus dem Stollen und dann kam ganz viel weisser Rauch raus. Typisch für gezündete Feststoffbooster des BL-Systems, wie ihr auf diesem Foto aus England sehen könnt. Die nachfolgende Explosion wurde noch in Italien seismologisch aufgezeichnet und gilt als eine der stärksten nicht-nuklearen Explosionen der Welt. Die Explosion pulverisierte den massiven Felsen auf einer Länge von 250 Metern und einer Breite von 150 Metern. Auch als am gleichen Tag noch Rettungskräfte eintrafen, getraute sich niemand zur Explosionsstelle vorzudringen, da man nicht wusste, ob noch mit Nachfolge-Explosionen zu rechnen sei. Es begannen dann Erkundungsflüge mit dem Hubschrauber, was allerdings aufgrund des festen Nebels an diesen Tagen nicht wirklich zum Erfolg führte. Als man dann zur Explosionsstelle vordrang, fand man rund 150 Meter von Kaverneneingang entfernt eine erste Leiche, welche bis dort weggeschleudert worden war. Behaltet einfach mal im Hinterkopf die Zahl der nach Lagerbuchhaltung eingelagerten Munition. 840'000 Kilogramm Munition, also 840 Tonnen. Aber was passierte? Aus irgendeinem Grund entzündete sich mindestens einer der Feststoffbooster vermutlich aufgrund eines Defekts. entweder am Stapler oder das Feuerwerk ging los und wenn man jetzt so einen Feststoffbooster mal im Detail anschaut, hat man am oberen Ende eine Einschrauböffnung für den Zünder, welcher sicherlich entfernt worden war. Der war schon bei uns immer entfernt und durfte erst beim Bereitmachen eingesetzt werden. Und an der Unterseite war im Normalfall der Auslauf der Raketentriebwerke, aber die waren vielleicht auch schon abgeschraubt. Der Feststoffbooster kann man sich so vorstellen, innen drin, das ist ein Rohr, das rundherum gefüllt ist mit hochbrennbarer, hochexplosiver Materie. Die Materie, die ist, man kann sich das so vorstellen, wie sehr zäher Honig. Und das grosse Problem eines Feststoffboosters ist, wenn er einmal gezündet ist, kann man es nicht mehr stoppen. Der Feststoffbooster brennt aus, bis er keine brennbare Masse mehr findet. Und nun wird es technisch. Damalige Ermittlungen gingen davon aus, dass in der Kaverne in der kürzesten Zeit eine Temperatur von 800 Grad Celsius herrschte. Doch wie kommt es dazu? Zum Glück, dank Internet, sind heute sehr viele Daten einfach frei im Internet verfügbar. Man muss nur danach suchen. Die Lenkwaffe selbst war 7,75 Meter lang. Es hatte einen Durchmesser von rund 55 Zentimeter. Daran angebracht waren dann aber noch die vier Feststoffbooster und die beiden Staustrahltriebwerke, eines oben und eines unten. Wie das Foto gemacht wurde, welches wir euch in diesem Film zeigten mit dem weissen Rauch beim Start, wissen wir nicht. Bei uns wurde mal gesagt, wenn eine BL-64 startet, dann gibt es nur einen Knall und sie ist weg. Und mit der starteten Lenkwaffe auch alles, was im Umkreis von 20 bis 30 Metern gestanden hat. Im Museum der Bristol Aeroplane Company in Kebbel steht auf einer Infotafel bei einer Bloodhound Folgendes. Im Augenblick, in dem die Lenkwaffe den Werfer verlässt, ist sie 400 Meilen, also etwa 643 Stundenkilometer schnell. 25 Feet, das entspricht 7,6 Meter vom Werfer entfernt, durchbricht sie bereits mit 720 Meilen pro Stunde, das sind 1.158 km pro Stunde, die Schallmauer, bevor dann nach 3 Sekunden Flugzeit die vier Feststoffbooster abgesprengt werden, weil die Lenkwaffe ihre Reisegeschwindigkeit von Mach 2,5, das entspricht 3.300 km pro Stunde, erreicht hat. Die Staustrahltriebwerke, also der Hauptantrieb der Lenkwaffe, schaltet sich erst jetzt nach dem Start ein. Nun wieder zurück zum Unglück. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass einer der 280 Feststoffbooster losgegangen ist, dann kann man sich jetzt die Kettenreaktion vorstellen. Jeder dieser Booster hatte eine Leistung von 10 Tonnen Schub, welcher er in 3 Sekunden erreicht. Also genau war, glaube ich, die Brenndauer war 2,75 Sekunden und dann sind die Booster ausgebrannt. Nun kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, was für eine Hölle auf Erden in der Kaverne losgebrochen sein muss. Das Einzige, was noch einigermassen tröstet, ist, dass die sechs Todesopfer vermutlich nicht lange leiden mussten. Die Zahlen und Fakten in diesem Film entsprechen nicht irgendwelchen Glaskugeln-Wahrsagereien, sondern sind alle feinsäuberlich im Internet recherchiert und stammen aus den Polizei- und Untersuchungsberichten und aus Daten vom Hersteller. Danke, dass du dir mein Video angesehen hast und bis bald bei einem Video mit einem etwas freudigeren Thema.